Ich will nicht mehr die Drecksarbeit machen. Ich kann mehr. Jela Antic ist ehrgeizig. Ich will bei einem Einsatz dabei sein. Okay. Jela Antic muss dafür kämpfen, gehört zu werden. Wir wissen doch, dass er es früher oder später wieder tun wird. Und wenn wir dann nicht alles getan haben, dann sind am Ende wir die Schlagzeile. Jela Antic hat einen ziemlich guten Riecher. Was wollen Sie? Ich will den Tätern in die Augen sehen. Eins dürfen Sie nicht vergessen. Wenn Sie dem Täter in die Augen schauen, dann schaut er auch in Ihre. ich konnte das nicht viel với Riecher erleben auf. Ich hoffe, es ist gescheit. BIT